Hallo und herzlich willkommen bei SearchOne, das Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha und in diesem Video stelle ich dir WP Rocket vor, die Rakete unter den Caching-Plugins. Wozu braucht dein WordPress eine Rakete? Na eben, wie der Name schon suggeriert, um das Laden der Seiten schneller zu machen. WP Rocket ist ein Caching-System, das heißt, es speichert Seiten zwischen. Denn bei jedem Aufruf einer Seite werden im Hintergrund ganz viele Berechnungen durchgeführt, da werden Daten aus der Datenbank gesogen, alles wird aufbereitet, in seine Einzelteile zerlegt und dann wieder zusammengebaut und schlussendlich an den Browser ausgespuckt, damit dein Besucher die Seite sehen kann. Und wenn das zu langsam ist, dann ist das insbesondere für deinen Besucher natürlich sehr schlecht, aber auch zum Beispiel für Google und das kann sich negativ auf deine Rankings auswirken. Da schauen wir uns doch einfach mal an, was WP Rocket so alles zu bieten hat. Also erstmal gibt es schon über eine Million Installationen, laut Aussage von WP Rocket. Das Plugin erlaubt es, ganze Seiten zu cachen, das dürfte ja nun Standard-Funktionalität sein. Es gibt aber auch etwas, das sich Cache-Preloading nennt und das bedeutet, dass hier Seiten auch ohne Hinzutun vom Plugin selbst gecrawlt werden. Das heißt, die Seiten werden aufgerufen und beim Aufruf wird natürlich eine gecachete Version erstellt. Das hat dann zum Beispiel den Vorteil, dass wenn die Suchmaschine den Crawler vorbeischickt, dass die Website dann in diesem Moment schnell geladen wird. Außerdem werden statische Dateien auch komprimiert und auch nach allen Regeln der Kunst minifiziert. Das bedeutet, hier werden Leerzeichen aus HTML-Dateien, JavaScript und CSS herausgefiltert und die Dateien werden ebenso klein wie möglich gemacht und dann auch noch komprimiert. Bilder werden erst geladen, wenn der Besucher auf der Seite an die entsprechende Position scrollt. Und außerdem ist WP Rocket sehr entwicklerfreundlich. Ich schlage vor, dass wir uns das jetzt im Detail mal anschauen und dafür habe ich bereits eine komplett frische Installation von WordPress eingerichtet. Hier ist sie also, unsere ganz frische Installation von WordPress. Das blende ich mal aus und wir haben hier WordPress 5.4. Mit einem Klick auf Plugins und Installieren komme ich auf die Seite, auf der ich das Plugin hochladen kann, Datei auswählen und hier habe ich die ZIP-Datei, die ich von WP Rocket zur Verfügung gestellt bekommen habe, nachdem ich das Plugin lizenziert habe. Also hier ein Doppelklick und dann auf jetzt installieren, danach noch schnell das Plugin aktivieren und schon ist WP Rocket installiert. Jetzt müssen wir noch ein paar wichtige Einstellungen vornehmen. Das Plugin teilt uns mit, dass wir hier an der Permalink Struktur noch Änderungen vornehmen müssen. Ich klicke einfach mal hier drauf und da sehen wir auch schon, was das Problem ist. Und zwar ist aktuell überhaupt keine Permalink Struktur definiert, beziehungsweise haben wir hier nur die normalen Parameter. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, trägt hier einfach Beitragsname ein. Wenn du Kategorien oder auch Schlagwörter einsetzt, also Tags, dann möchtest du hier vielleicht einen Präfix einstellen. Ich mache das jetzt hier mal nicht, das reicht mir vollkommen aus, also Änderungen speichern. Somit ist die Permalink Struktur aktualisiert. Unter dem Menüpunkt Einstellungen gibt es jetzt den Untermenüpunkt WP Rocket. Möchte ich WP Rocket erlauben, anonymisierte Daten zu schicken, jetzt in dem Fall brauche ich das nicht. Und das Caching ist schon aktiviert und das unterscheidet WP Rocket vielleicht auch von diversen anderen Caching Plugins, dass es nämlich Out of the Box, also direkt nach der Installation schon mit dem Caching beginnt. Denn Caching Plugins einzustellen, das ist oder kann eine ganz eigene Kunst sein. Ich klicke das hier mal weg. Das Interface von WP Rocket ist unterteilt in all diese Menüpunkte, die wir hier sehen. Da ich aktuell eine Testinstallation auf einer internen oder lokalen Test Domain betreibe, ist das Rocket CDN nicht verfügbar. Macht auch Sinn, aber das ist nachher etwas, was ich zusätzlich nutzen kann. Hierzu sollte man wissen, dass es sich beim Rocket CDN um einen zusätzlichen Service handelt. Ein Content Delivery Network hilft dabei, die bereits gecachete Version tatsächlich international schnellstmöglich auszuliefern. Denn Caching bringt einen, was die Geschwindigkeit betrifft, schon, ich würde sagen, ganz schön weit, mehr als die Hälfte. Denn die Antwortzeit vom Server ist natürlich viel schneller und die Übertragung geht flotter. Wenn aber jetzt jemand aus Australien eine Seite in Deutschland aufruft, ist es immer noch langsam. Das heißt, so ein CDN verteilt die gecacheden Versionen meiner Seiten überall auf der Welt und macht das zusätzlich noch einmal schneller. Man könnte sagen, das ist ein Feature für Fortgeschrittene. Und wenn deine WordPress Website nur im deutschen Raum aktiv ist, dann musst du dir darüber erstmal keine Gedanken machen. Bevor wir jetzt weiter über dieses WP Rocket Plugin reden, möchte ich zuerst einmal auf die Website selbst gehen. Ich habe eine ganze Reihe von Beiträgen mit jeder Menge Typografie und Bildern. Zurück im Dashboard von WP Rocket kann ich dann hier einmal auf Cache füllen klicken. Das Ganze hat ungefähr fünf Sekunden gedauert. Der Cache ist jetzt gefüllt und das bedeutet, wir können uns einfach mal auf der Seite angucken, wie das Ganze aussieht. Rufen wir doch einfach mal so eine gecachete Version auf. Also ich mache mal die Website in einem neuen Reiter auf. Hier haben wir die ganzen neuen Beiträge. Ich mache einfach mal wahlweise diesen Beitrag in einem neuen Reiter auf. Und jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir ja aktuell eingeloggt sind im System. Ich bin ja im Admin Interface angemeldet. Das bedeutet, dass das Caching natürlich für mich als Besucher dieser Seite ausgeschaltet ist. Ein Trick, um das zu umgehen, ist, indem ich hier oben die URL markiere und dann rechte Maustaste kopieren, Datei neues Inkognito Fenster und dann rechte Maustaste einfügen und diese Seite direkt aufrufen. Jetzt ist die Seite aufgerufen und jetzt kann ich mir den Quellcode anzeigen lassen. Also auf Anzeigen, Entwickler, Quelltext anzeigen. Und wenn ich jetzt ganz nach unten scrolle auf dieser Seite, dann finde ich in der letzten Zeile und ich mache das mal größer. Eins, zwei, drei, vier. In der letzten Zeile finde ich, This Website is like a Rocket. Also hier ist der Hinweis von WP Rocket, dass diese Seite tatsächlich gecached wurde. Also im Quelltext finde ich auf jeden Fall schon mal den Hinweis. Dann kann ich diesen Reiter zu machen und mir vielleicht als nächstes einmal die Entwickler Tools anzeigen lassen. In den Entwickler Tools kann ich mir auch anzeigen lassen, wie lange es gedauert hat, diese Seite zu laden. Ich muss dazu nur auf den Reiter Audits wechseln und dann hier alles abwählen bis auf die Performance und auf Generate Report klicken. Und dann arbeitet Google Chrome im Hintergrund mit dem Plugin Lighthouse, so nennt sich dieser Performance Test, und ermittelt die Geschwindigkeit der Seite, vor allem als Mobilversion. Und wenn es fertig ist, bekomme ich hier die Performance Übersicht. Ich habe hierfür eine 94 erhalten. Der First Contentful Paint ist nach 1,7 Sekunden passiert. Speed Index 3,2 Sekunden. Das sind alles in allem ganz gute Werte. Man sieht ja, dass eine Seite geladen und angezeigt werden kann oder ja wird innerhalb von ein bis zwei Sekunden. Das ist in der Regel ein ganz guter Wert. Wenn jedoch das Laden schon länger als ein oder zwei Sekunden dauert, dann kommen ja noch weitere Prozesse im Hintergrund dazu. Und das Ganze dauert noch länger. Vielleicht dann drei oder vier Sekunden. Und das ist dann schon relativ lange. Jetzt wird es spannend. Ich habe diese Seite mal zugemacht und wir wiederholen den Test jetzt einfach mal für diese Seite hier, bei der ich noch eingeloggt bin. Lighthouse geöffnet und dann auf Generate Report. Wir erhalten nur noch einen Score von 53 und es dauert 3,6 Sekunden. Speed Index ist bei 10,6. Das spricht jetzt nicht gerade für die Performance meines Entwicklungslaptops hier, aber man kann ganz klar sehen, was passiert. Und jetzt stellt man sich nur mal vor, es handelt sich um einen Webserver oder die eigene Website, die wird tatsächlich von 100 Leuten gleichzeitig aufgerufen. Vielleicht teilt man sich darüber hinaus auch noch mit vielen anderen Website-Betreibern einen Webspace, einen sogenannten Shared Hosting Account. Und da sieht man sehr schnell, wie nützlich das Caching ist. Nach der Installation und einfach durch das Aktivieren von WP Rocket ist meine Website also sofort deutlich schneller geworden. Jetzt gehen wir als nächstes mal durch all die schönen Optionen durch, die wir hier haben auf dem Dashboard. Da gibt es im Prinzip nur so Übersichtsinformationen. Das heißt, wir wechseln direkt mal in die Seite Cache. Hier kann ich unterscheiden, ob der Cache für die mobilen und für die nicht mobilen Geräte, also Desktops und so weiter, separat angelegt werden soll. Macht in den meisten Fällen keinen Sinn mehr. Vor allem dann nicht, wenn du schon ein modernes Theme benutzt, was dementsprechend responsive ist. Responsiv heißt ja eben ein und die gleiche Version für mobil und nicht mobil. Wie wir eben gesehen haben, ist für mich das Caching nicht aktiviert, wenn ich mir die Seite angucke. Das kann ich ändern, also dass selbst für eingeloggte WordPress Nutzer das Caching aktiviert ist. Ich würde sagen, das könnte unter Umständen zu Problemchen führen, dass gewisse Elemente auf der Seite nicht richtig aktualisiert werden. Und solange ich angemeldet bin, kann ich durchaus mit etwas langsameren Ladezeiten leben. Wie lange sollte eine Cache-Datei bestehen bleiben? Wenn also jemand auf eine Seite kommt, dann wird eine Cache-Version angelegt, wenn sie nicht schon existiert, und die bleibt dann für zehn Stunden bestehen. Das bedeutet, nach zehn Stunden wird die Seite nochmal neu berechnet und es wird eine neue Cache-Version erstellt. Hier kannst du den Wert anpassen, sollte in der Regel nicht notwendig sein. Aber wenn es sich bei deiner Website zum Beispiel um einen Blog handelt, auf dem alle fünf Minuten oder alle 60 Minuten neue Inhalte rauskommen, dann könntest du den Wert durchaus zum Beispiel auf eine halbe Stunde stellen. Kommen wir jetzt mal zum Punkt Dateioptimierung. Und das Wichtigste, was dieser Bereich macht, ist zum einen die Dateigrößen reduzieren und zum anderen dafür sorgen, dass es so wenig Anfragen wie möglich an den Webserver gibt. Ich habe hier einfach mal zwei Seiten nebeneinander aufgebaut. Links haben wir das Admin-Interface und rechts ist die Inkognito-Version, also die gecachete Version der Hallo-Welt-Seite. Fangen wir einfach mal mit dem Minifizieren an. Das bedeutet einfach, dass alle unnötigen Buchstaben und Zeichen aus dem HTML-Source-Code entfernt werden. Und wenn wir noch nicht minifiziert sind, dann sieht das Ganze so aus, wenn ich diese Box aktiviere und dann abspeichere, Änderung speichern, dann ist gespeichert und jetzt muss ich hier auf der rechten Seite aktualisieren. Das ist zwar unübersichtlich, aber etwas schneller für den Besucher. Millisekunden vielleicht. Ich habe jetzt keine Google-Schriftarten installiert, aber sehr viele Themes haben das. Und hier ist es so, wenn du verschiedene Schriftarten für verschiedene Textelemente auf deiner Website verwendest, beispielsweise Lato für die Überschriften, in Normal und Kursiv, dann vielleicht Roboto für den Fließtext, auch wieder in Normal, Fett, Kursiv, dann kann es sein, dass du fünf verschiedene Dateien von Google runterlädst. Da gleichzeitig in vielen Fällen nur zwei Dateien runtergeladen werden, kann das das Laden für den Besucher tatsächlich merklich verlangsamen. Außer natürlich, dein Webserver ist für HTTP2 konfiguriert, aber das trifft für viele Webserver noch nicht zu. Ob das für deinen Webserver zutrifft, das kannst du ganz einfach recherchieren, indem du bei Google nach HTTP2-Check suchst, deine Adresse eingibst und dir das bestätigen lässt. Theoretisch musst du, wenn du HTTP2 hast, die Schriften und auch die CSS-Dateien und JavaScript-Dateien nicht zusammenfassen. Im Zweifel jedoch, mach es einfach, schaden tut es auch nicht. Also ich klicke da jetzt drauf und Query Strings von statischen Ressourcen entfernen. Da kann ich auch mal draufklicken und wir speichern das Ganze auch direkt mal ab. Jetzt ist das Ganze abgespeichert und wir können es direkt mal überprüfen. Werden die Query Strings von den statischen Ressourcen tatsächlich entfernt? Und das handelt sich hier um diese Dinger hier, zum Beispiel Fragezeichen wer gleich 1.2. Diese Versions Query Strings werden von den Entwicklern eingefügt, damit Aktualisierungen an den Style Sheets auch grundsätzlich von neuen Besuchern geladen werden. Sonst sehen die ein falsches oder altes Layout. Es kann aber manchmal dazu führen, je nach Server-Konfiguration, dass das Caching nicht richtig funktioniert und deswegen mag man manchmal diese Query Strings entfernen. Mal gucken, ob das geklappt hat. Ich gehe einfach mal auf Aktualisieren und wie du hier sehen kannst, ist hinter den CSS-Dateien kein Query String mehr vorhanden. Soll man diese Funktion jetzt nutzen oder nicht? Das kommt ganz darauf an. Grundsätzlich spricht eigentlich alles dafür, dass man die Funktion nutzen sollte. Es könnte jetzt aber auch ein Plugin geben oder etwas von dir persönlich hinzugefügtes oder Programmiertes, was nicht mehr richtig funktioniert, wenn der Query String abgeschnitten wird. Und deswegen sollte das wenigstens wohl überlegt sein. Im Zweifel immer einen Speedtest machen, gucken, wie schnell die Website ohne die angeschaltete Funktion ist, dann vergleichen mit der angeschalteten Version. Und wenn der Zugewinn an Geschwindigkeit wirklich groß ist, dann kann man der Sache nochmal auf den Grund gehen. Es geht nämlich jetzt auch nochmal weiter. Und zwar lassen sich jetzt die CSS-Dateien und auch die JavaScript-Dateien minifizieren und danach zusammenfassen. Was bedeutet das? Ich demonstriere das halt direkt einfach mal, indem ich auf CSS minifizieren gehe, muss dann aktivieren, CSS zusammenfassen und muss das Ganze auch aktivieren. Ich mache das Gleiche auch direkt mal für das JavaScript. Ich habe verstanden und das JavaScript zusammenfassen. Verstanden. Und jetzt kann ich das Ganze wieder mal abspeichern. Klick. Das Ganze wurde gespeichert. Wunderbar. Jetzt können wir hier im Quellcode auf der rechten Seite auch mal aktualisieren. Übrigens habe ich das Gleiche auch für die JavaScript-Dateien erreicht, denn hier sieht man ja auf der linken Seite, dass auch das JavaScript minifiziert und zusammengefasst wird. Was gibt es noch für Optionen? Also zum einen die CSS-Darstellung kann man auch noch optimieren. Hier steht entfernt Rendering blockieren des CSS. Und das kann die wahrgenommene Ladezeit verbessern. Es gibt CSS-Anweisungen, die Webdesigner oder auch Theme-Designer vielleicht sogar unbewusst einbauen und die dazu führen, dass sich zum Beispiel das Anzeigen des Layouts leicht oder vielleicht sogar stärker verzögert. Das heißt, es ist eigentlich schon alles geladen, was notwendig ist, damit das Layout angezeigt werden kann. Aber das passiert noch nicht, weil eine CSS-Anweisung das Rendering blockiert. Meine Einschätzung nach ist das Ganze ein Advanced-Feature und auch hier gilt wieder, Geschwindigkeit im abgeschalteten und im angeschalteten Modus testen und wenn es wirklich was bringt, dann über den Einsatz nachdenken. Noch ein paar kleine Features hier unten bei JavaScript. Remove jQuery Migrate ist ein altes jQuery-Plugin, was jQuery, falls du es überhaupt noch verwendest, mit alten Browsern kompatibel gemacht hat. Falls du das also hier aktivierst, dann würdest du ältere Browser nicht mehr unterstützen. Falls du viele Besucher hast, die diese älteren Browser verwenden, dann solltest du es natürlich nicht machen. Also ein Blick in Google Analytics würde sich hier anbieten. Hier unten lässt sich noch Inline-JavaScript exkludieren, also wenn man nicht möchte, dass das Ganze zusammengefasst wird. Auch JavaScript-Ausnahmen für Skripte, die in einem bestimmten Verzeichnis drin sind, die kann man auch ausnehmen. Und ähnlich wie beim CSS lässt sich auch bei JavaScript eine oder mehrere Anweisungen einbauen, die verzögern, dass das Layout angezeigt wird. Und hier kann auch das Plugin helfen. Auch in diesem Fall würde ich sagen, erst mal ohne versuchen und dann vielleicht auch mit ohne testen. Denn in der Regel sind die Verzögerungen beim Anzeigen des Layouts auf Probleme im Theme zurückzuführen. Und eigentlich sollte da der Theme-Hersteller darüber Bescheid wissen und das Problem an der Quelle beheben, anstatt dass das Caching-Plugin versuchen sollte, die Layout-Funktionalität zu fixen. Das Lazy-Loading ist wirklich wichtig, denn moderne Webseiten neigen dazu, sehr viele Medien-Elemente zu integrieren, seien es Bilder oder Videos in iFrames und so weiter. Deswegen würde ich vorschlagen, auf jeden Fall Bilder und auch für iFrames das zu aktivieren. Und ja, auch ein YouTube iFrame durch ein Vorschaubild ersetzen ist eine gute Idee, weil man stelle sich nur mal vor, auf einer Seite befinden sich drei, vier oder fünf Videos, die würden ja alle parallel im Hintergrund geladen. Und wenn so viel im Hintergrund geladen wird, dann verursacht das ja Ladeverzögerungen. Auch WordPress-Ambits würde ich im Prinzip deaktivieren, aber hier kommt es darauf an. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Und auch das WebP-Caching scheint mir interessant zu sein. Allerdings ist es dann wichtig, dass dein Server ein entsprechendes Tool hat und du über ein entsprechendes WordPress-Plugin verfügst, welches eine WebP-Version deiner Bilder im Hintergrund kreiert, wenn du sie hochlädst oder abspeicherst und so weiter. Was ist WebP? WebP ist ein von Google erfundenes Bild-Kompressionsformat, so ähnlich wie JPEG oder GIF, GIF. Und das Coole an WebP ist, es kann teilweise einige Bilder noch deutlich kleiner machen. Hier im Medium-Bereich gibt es auch noch ein paar sehr interessante Funktionen. Also die Änderungen speichern. Und jetzt möchte ich direkt mal dieses Lazy-Loading ausprobieren. Also hier mal auf eine Seite, von der ich weiß, dass sie unten auch Bilder enthält. Das ist jetzt die gecachede Version, die hier geladen ist. Und wenn wir Glück haben und meine 30-Bilder-Pro-Sekunde-Aufnahme das checkt, dann müssten wir eigentlich sehen, wie das Bild, was ich jetzt hochscrolle, nicht direkt angezeigt wird, sondern erst langsam nachgeladen wird. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Also scroll runter. Scroll, 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 scroll. Ja, und da haben wir es gesehen. Wir konnten es hier ganz gut sehen, wie dieses Bild erst leer geblieben ist und dann wurde es nachgeladen und angezeigt. Das bedeutet ja auch, dass dieses Bild nicht direkt beim Laden der Seite geladen werden musste und dementsprechend hat es auch nicht die Leitung blockiert sozusagen. So, das ist also auch cool, dass das Lazy-Loading funktioniert. Zurück im Admin. Ich klicke einfach mal auf Cache füllen. Hier habe ich einige Optionen, um den Cache aufzufüllen oder wie das Ganze passiert. Wenn ich möchte, kann ich das sozusagen auch noch automatisieren. Wobei hier natürlich zu bedenken ist, dass dann jedes Mal, wenn ich eine Seite abspeichere oder aktualisiere im Hintergrund, das Caching aller Dateien, aller Seiten angestoßen wird. Und wenn ich jetzt ganz viele davon habe, dann ist es natürlich so, dass der Server im Hintergrund ganz schön beschäftigt ist. Es ist vielleicht auch gar nicht notwendig, das zu machen. Ein Vorteil soll eben hier sein, dass dann zum Beispiel der Google Bot, der vorbeikommt, schon auf eine fertig gerenderte, vorgespeicherte, vorgecachete Website stößt. Und das Crawling geht natürlich dann entsprechend schneller. Ob sich das lohnt, das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das bei größeren Websites mit 1000 Artikeln oder 10.000 Artikeln mit Sicherheit irgendwann nicht mehr so sinnvoll ist. Ich werde das Siteweb-basierte Füllen des Caches erst mal deaktivieren. Und je nachdem, wie groß deine Website ist, möchtest du das vielleicht aktiviert lassen. Für neue Websites und kleinere Websites schadet es sicherlich nicht. Und um den Cache noch einmal neu aufzubauen, gehst du in das Dashboard und klickst hier oben auf Cache füllen. Ich möchte dir aber auch noch mal zeigen, wie das mit dem Cache intern tatsächlich funktioniert. Dazu habe ich einfach mal zwei Browserfenster nebeneinander aufgemacht. Links ist WP Rocket und rechts ist ein Inkognito Fenster mit der Website. Und hier bin ich im Dateisystem dort, wo die Website installiert ist und hier speziell der Ordner WP Content. Da gibt es einen Unterordner Cache und darin einen Unterordner WP Rocket. Und hier drin ist dann für jede Website, die konfiguriert ist, ein Unterverzeichnis und zwar WP Rocket.test. Das ist die Domain, die ich tatsächlich verwende. Ich minimiere jetzt mal das linke Fenster. Dann sieht man nämlich hier auch im Hintergrund die Verzeichnisse. Und öffne jetzt einfach mal die Seite Hallo Welt. Die ist schon offen. Also klicke ich einfach mal auf Aktualisieren. Klick hier. Und schon ist hier auf der Seite der Ordner Hallo Welt dazugekommen. Also wir gehen noch mal zurück hier drauf und zum Beispiel auf diese Seite. Und schon wird eine weitere Seite eingestellt oder angelegt. Klick mal auf diese, diese und diese in einem neuen Fenster. Und schon werden diese Caching Versionen angelegt. In diesen Unterverzeichnissen gibt es dann einmal die HTML-Datei, die gecached wurde, also index.htps.html. Und dann das Ganze auch noch mal als Unterstrich gzip. Wir sehen, dass der Unterschied in der Dateigröße 47 KB und 15 KB ist. Wenn also jetzt ein Browser, das heißt ein Besucher diese Seite aufruft, dann müssen nur ein Drittel der Daten über den Browser transferiert werden. Und das geht natürlich viel, viel schneller. Im Bereich Erweiterte Regeln haben wir auch noch ein paar sehr interessante Funktionen und Sonderfälle. Hier kann ich beispielsweise Verzeichnisfade ausschließen, die ich gar nicht gecached haben möchte. Übrigens dieses Punkt-Sternchen-Symbol bedeutet Members und alles, was danach kommt. Das ist ein regulärer Ausdruck. Vielleicht kennst du nur ansonsten das Sternchen. Das funktioniert aber hier dann nicht. Es ist schon notwendig, dass du Punkt-Stern schreibst. Cookies, die nicht gecached werden sollen, lassen sich auch anhand ihrer ID angeben. Oder falls jemand mit einem bestimmten Browser kommt, dann soll das auch nicht gecached werden. Das ist schon sehr speziell. Aber falls eben notwendig, kannst du auch bestimmte URLs mitlöschen lassen. Beispielsweise sagen wir mal, du hast Produkte, die auch immer mitgelöscht werden sollen, wenn der Cache geleert wird. Auch ein Cache für bestimmte Query-Strings kann angelegt werden. Da muss ich auch mal nachgucken. Aber ich möchte bei der Gelegenheit auch mal auf die Online-Hilfe hier hinweisen. Hier steht direkt ein Beispiel. Und zwar, wenn beispielsweise auf einer Seite mit einem Query-String wie Country gleich Italy oder so eine spezielle Seite für Italien erstellt wird, kann auch hier ein gesonderter Cache erstellt werden. Überhaupt kannst du bei jedem Punkt hier auf Brauchst du Hilfe klicken und diese Hilfe-Einblendung nutzen. Die ist wirklich sehr gut gemacht. Hier sind viele interessante Informationen. Allerdings nur auf Englisch. Dann haben wir als nächstes den Bereich Datenbank. Hier musst du natürlich ein bisschen aufpassen. WordPress legt ja Revisionen an. Das heißt, Versionen deiner Dokumente. Jedes Mal, wenn du abspeicherst, wird eine neue Version angelegt. Und wenn du das hier aktivierst, dann werden all diese Revisionen entfernt. Das bedeutet ultimativ, dass die Seite aus der Datenbank schneller geladen wird. Allerdings ist es meiner Meinung nach auch nicht wert, hier zu frühzeitig zu optimieren. Es macht ja nichts, dass jetzt aktuell neun Revisionen von Beiträgen in der Datenbank liegen. Falls der Cache einmal erstellt ist, dann werden diese Revisionen auch nicht angesprochen oder die Datenbank überhaupt nicht angesprochen. Fällt meiner Meinung nach unter den Punkt, ja man kann es auch übertreiben oder den Entwicklern ist nichts mehr Besseres eingefallen als dieses Feature hier. Kommentare lassen sich bereinigen, Transienten, Datenbank bereinigen und so weiter. Das sind vielleicht Punkte, die man dann ja vielleicht auch noch anwenden kann, wenn es wirklich Probleme mit der Datenbank gibt. Aber in diesem Fall unbedingt ein Backup erstellen. Ohnehin sollte ja von der eigenen Website jeden Tag mindestens ein Backup erstellt werden. Mehr, wenn man ja auch mehrmals täglich publiziert. Und wenn diese Backups vorhanden sind, dann kann man auch mal mit solchen Features hier spielen. Ein CDN, das ist kurz für Content Delivery Network. So ein Content Delivery Network ist ja etwas, das du einsetzt, wenn du in einer gewissen Situation steckst. Also zum einen natürlich möchtest du deine Inhalte an ein internationales Publikum ausliefern und das idealerweise an alle so schnell wie möglich. Also auch an den deutschen Leser, der sich gerade in Australien im Urlaub befindet zum Beispiel. Kann aber auch sein, dass du Ziel einer Hacker-Attacke geworden bist oder öfter wirst. Das betrifft bestimmte Websites mehr als andere. Und in dem Fall hast du vielleicht ein CDN aktiviert oder du abonnierst den Service eines Content Delivery Networks. Ganz bekannt ist hier in dem Fall Cloudflare und hier gibt es auch einen Guide, der erklärt, wie man WP Rocket mit Cloudflare verbindet. WP Rocket bietet auch einen eigenen CDN-Service an, worauf ich hier aber an dieser Stelle jetzt nicht im Detail eingehen werde. Denn das ist schon ganz schön advanced. Wir gucken uns mal das nächste Feature an und zwar die Heartbeats. Heartbeat ist in WordPress eingebaut und so etwas wie eine Hintergrundleitung, über die Plugins und andere Funktionalität innerhalb von WordPress miteinander kommuniziert. Und meiner Meinung nach, wenn du nicht genau weißt, was du tust, ist es ganz schön risky, das hier zu aktivieren. Das könnte die Funktionalität deiner Website negativ beeinflussen und deswegen, falls du diese Funktionalität brauchen solltest, dann weißt du auch genau warum. Außerdem gibt es bei WP Rocket auch noch weitere Add-Ons. Plugins für Plugins sozusagen. Es kann tatsächlich nicht schaden, die Google Analytics Scripts zum Beispiel direkt lokal auf dem Webserver zu speichern. Das Facebook Pixel, falls du es selbst brauchen solltest. Varnish ist ein sehr beliebtes Server-Caching-System, das von einigen Hosts eingesetzt wird. Und wenn das der Fall sein sollte, dann ja, dann weißt du das wahrscheinlich sogar auch, weil das schon sehr speziell ist. Was dann passiert, wenn du dieses Plugin einschaltest, ist, dass nicht der eigene Cache benutzt wird, sondern WP Rocket Varnish des Hosters mit benutzt. Und wie wir hier unten sehen, gibt es auch noch ein Plugin für Cloudflare, weil das so beliebt ist. Das kann man einfach aktivieren und dann hat sich die Konfiguration im Bereich CDN hier oben auch erledigt. Sukuri ist ein Server-Security-System, was man auch abonnieren kann. Das legt anscheinend, ich kenne mich selbst damit gar nicht aus, aber das legt anscheinend einen eigenen Cache an, der auch geleert werden muss, wenn der WP Rocket Cache sich leert. Allgemein bekomme ich den Eindruck, dass WP Rocket wirklich sehr durchdacht ist. Sicher nicht das Feature-reichste Caching-Plugin, das es je gegeben hat. Aber es sind wirklich viele Features enthalten und auch sehr spezielle. Unter Image Optimization finde ich die Möglichkeit, Imagify zu installieren. Damit kann ich ja WebP-Dateien erstellen. Das will ich direkt mal ausprobieren. Also Install Imagify. Imagify scheint wieder so ein zusätzlicher Dienst zu sein. Da kann man sich für anmelden. Ich mache das jetzt einfach mal. Ein Klick auf Sign up, it's free. Schon mal nicht schlecht. Also E-Mail-Adresse eintippen und los geht's. Jetzt kann ich meine E-Mail überprüfen. Und Imagify ist nach der Anmeldung ein Dienst, bei dem ich Bilder hochladen kann, in verschiedene Formate umwandeln und auch komprimieren kann. Es gibt hier diverse unterschiedliche Lösungen und Plugins. Aber wenn dir dieser Service gefällt, ja dann spricht nichts dagegen ihn zu nutzen. Klar, probiere es einfach mal aus. Jedenfalls kann man hier oben rechts auf den eigenen Account klicken und dann auf API Integration. Hier ist dann jetzt ein Key für mich. Den kann man auch neu generieren lassen. Ja, falls ich den schon länger benutze, dann möchte ich das vielleicht mal gut überlegen. Aber klar, yes. Den Key kann ich jetzt hier auf I have my API Key einfach einfügen und bestätigen. Und ein Klick auf den Connect Me Button hat mich mit dem API Service verbunden. Jetzt kann ich in den Settings konfigurieren und in den Optionen von Imagify kann ich jetzt einige nette Features nutzen. Zum Beispiel auch das automatische Anlegen des WebP-Formates. Ich möchte auch, dass diese auf der Seite genutzt werden. Und vielleicht möchte ich nicht, dass Bilder größer als sagen wir 1280 Pixel Breite verwendet werden. Und das ist natürlich eine coole Sache. Vor allem, weil ja, die Bilder Medien allgemein ja am meisten Bandbreite verwenden. Und wer wirklich seine Seite, seine Website schneller machen möchte, der muss vor allem die Dateigröße seiner Bilder reduzieren. Und deswegen ist so ein Plugin oder eins der alternativen Plugins auf jeden Fall sehr zu empfehlen. So, zum Schluss noch die Änderungen speichern. Oh, hier hat sich auch noch etwas beschwert. Wir müssen hier mindestens 2500 oder so eingeben. 2048 steht hier. Also machen wir doch einfach mal 2048 und jetzt abspeichern. Zurück zu WP Rocket. Im Bereich Werkzeuge haben wir die Möglichkeiten, die Einstellungen zu exportieren, importieren, alte Versionen wiederherzustellen. Und dann gibt es noch den Bereich Tutorials. Die kann ich auch sehr empfehlen. Das sind englischsprachige Videos, die wirklich sehr, sehr hohe Produktionsqualität haben. Und in denen du auch noch weitere fortgeschrittene Tipps findest. Ja, und das war eine Einführung in WP Rocket mit einer Erklärung wirklich der allermeisten Features, wofür sie gut sind, wie man sie richtig einstellt. Und wenn auch deine Website so einen richtig guten Boost braucht, wenn sie vielleicht ein bisschen langsam ist und schneller werden soll, dann empfehlen wir auf jeden Fall den Einsatz eines Caching-Systems überhaupt und WP Rocket im Speziellen, weil es eben sehr übersichtlich ist, einfach zu konfigurieren, ordentliche Features hat und gemessen an dem Ganzen auch noch sehr preiswert ist. Du findest weitere Informationen im Beitrag zu diesem Artikel und der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und viel Erfolg beim Schneller machen deiner Website. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, damit du auch informiert wirst, wenn das nächste Video herauskommt. Ein Daumen nach oben hilft natürlich immer. Danke, auf dass auch deine Website zu einer Rakete wird. Bye bye, Sascha out.